Hallo Leute, hier ist wieder der Xie und es geht weiter mit Megaman 3. Wir finden uns immer noch in Wileys Gefilden, jetzt im dritten Level glaube ich. Ja, muss da der dritte sein. Rush Coil ist leer. Super. Müssen wir halt ein Jet nehmen. Mal sehen, was gibt's hier. Bevor ich da jetzt wechsle und wieder Konzentration verliere. So. Wie er immer loslässt, wenn man aus dem Menü geht. So, und da es mir jetzt so gute Dienste geleistet hat, kriegt Rush Coil gerne ein bisschen Aufladung. Ja, Rush ist schon nützlich. Er will zwar ab und zu nicht ganz so, wie man selber will, aber im Großen und Ganzen ist er schon in Ordnung. Nein, 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 komm schon, dumme Granate. Kann man mit Shadowmans Waffe was herholen? Äh, nein. Vor allem nicht, wenn die Atems mal wieder so schüchtern sind. Okay, man kann nichts damit herholen. Schade. Hä? Warum sollte ich den besiegen wollen? Oh Gott. So lange sie nicht wieder so unfair werden wie in... Oh Gott. Äh, war klar. Das Ganze jetzt nochmal, ähm... Richtig, ordentlich, schwer. Egal was da oben drin ist, es ist auf jeden Fall nützlich für mich. Waffenenergie machen wir mal ein Magnet. Ideal. So, mal sehen. Was kommt hier... Was kommt... Ist nur einer von denen echt? Okay, was ist hier effektiv? Wo ist der Ball... Os. Nichts, ist hier anderes. Äh, kein Mann. Ja. Was? So thirdZZZ. Was? Puh, okay Da habe ich mich jetzt dumm angestellt Das hätte besser laufen können Ah, ich habe die Schwäche relativ bald gefunden Das sieht nach Boss Rush aus Okay, gegen wen brauche ich denn die Waffen am allermeisten? Moment, Magnet Missile ist ganz wichtig Oh Gott Was hat das denn jetzt für einer? Oh Gott Harknackt Oh, wieder fast aufgefüllt Was wollen die von mir? Ich habe gerade irgendwie keine Ahnung gehabt, wie ich deren Attacke ausweiten soll Da kommen jetzt nochmal welche, oder? Nö Komische Level Oh, Teleporter Das kann ja nur eins heißen Hä? Ja, äh, ja War klar Auf geht's Snake Man Ich danke dir Gut, damit haben wir den ersten abgehandelt So, nächster Wen haben wir hier? Dich haben wir Moment Gegen dich haben wir Welche Waffe? Shadow Man Tatsache Tatsache Habt die nicht so So, ja Gut, nächster erledigt Gut, gut Gut, wen haben wir hier? Shadow Man Ich tanz dich kaputt, du Ninja So Nächster Top Man Gegen dich war Hard Knuckle Und wieder einer erledigt Das geht ja Das geht Schnell Ziemlich schnell Okay, gegen dich war Ich wollte es gerade sagen Wisst ihr was? Benutze ich jetzt einen Energietank Oh, der ist tot So, der nächste Ich wollte es gerade sagen Wann kommt eigentlich Jiminy Man? Okay, was hilft denn gegen dich? Aha Das wird es interessant Nö Na wunderbar Herrlich, herrlich Herrlich, das ist herrlich So, der nächste So, nächster Boss Magnet Man Es wird gegen dich Effektiv sein Riffle bleibt nicht mehr über Okay, das ist ja Okay, das ist ja Okay, das ist ja Okay, das ist ja letzte Needleman. Gegen ihn haben wir den Gemini-Laser. Ich schaue ihn gar nicht an. Ich frage gerne nochmal, wovor zum Teufel hatte ich Angst? So, Grade 8 erledigt. Ich kriege noch ein... Ach, verdammt. Wieder nicht aufgepasst. Okay, was braucht denn unbedingt? Was ist... Snakeman ist noch relativ voll. Verbraucht auch nicht so viel. Rushcoil. Nehmen wir mal Needlemans Waffe. Hardnacle ist unpraktisch. Topman glaube ich nicht. Ach, nehmen wir Rushcoil. Eventuell kann ich mir damit einen Vorteil sichern. Weiß man ja nie. Hä? Kommt jetzt nochmal ein... Hä? Kommt jetzt nochmal ein Level oder wie ist das? Okay, damit... Da hätte ich auf jeden Fall... Magnet Missile soweit auf. Geil. Und damit Shadowmans Waffe, weil Shadowmans Waffe wenig verbraucht und aber sehr gut zum Zielen ist. Glaube Lebensleiste. Ich hab Angst. Ähm. Was kommt da? So, wieder seine alten, kreiselnden... 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 Okay, Hardnuckle ist hier die... ...beste Waffe. Na 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 na... Entschuldigung, ich lass mich da grad so ein bisschen mitreißen. Ja. Dann... Untertitelung des ZDF, 2020 Ich habe etwas mit dem Eich in... Ich einfach zu blöd bin, ja. Okay, finaler Bosskampf gegen Wily. Ich verschwinde meine Energietanks. Als wäre ich des Wahnsinns. Eine ernst gemeinte Frage. Das sind dieselben Angriffe wie im ersten Fall. Warum bin ich zu dumm, denen auszuweichen? Du sollst springen. Also ich habe jedes Mal genau eine Chance, um unten durchzukommen. Gleichzeitig muss ich den Bällchen, die er oben rausballert, erledigen. Hm. Musik Gleich so viel Schaden Gott macht der Schaden Das ist ja Wahnsinn Eieieiei Ja, also Da muss ich schon Da ist Technik gefragt Ja, gut zu wissen, was die Schwäche Ist, wenn er in der anderen Form ist Gut, es macht auch keinen Schaden Ich schieße daneben Okay Das ist auch nicht effektiv Ah, aber Ich habe eine Idee Ich habe eine Idee Ich habe eine Idee Aber Leute Da das ja mehr oder weniger ein neuer Level ist Würde ich sagen Mach ich hier mal einen Schnitt Und dann gibt es morgen das Finale Von Mega Man 3 Ich bin Xie Bis dann Leute Ciao